Alles Nebensächtig jetzt. 2-4. Wenn er gefragt ist, dann ist er dran. Dann ist er da. Aber Tjokovic, der hier wieder. Keine Chance. Aber der Vorhandfehler vorhin, der hat wehgetan bei 2-3. Der war absolut leichtfertig und vermeidbar. Zonga muss jetzt seine Emotionen im Griff halten. Kühlen Kopf bewahren. Zwei Punkte bei eigenem Aufschlag und der stünde so dicht davor. Einfach stark Tjokovic mit diesem etwas kürzeren Top-Spiel-Cross. Da wird der Weg zu weit für Zonga. Der hadert jetzt auch mit sich. Aber trotzdem, wenn der bei 4-4 diesen einen Punkt machen würde. Guter Erster. Dann ist aller Druck bei Tjokovic, der schon vier Matchbälle abgewehrt hat. Tag! Vielen Dank. Vielen Dank.